einen wunderschönen guten morgen es ist der 5.8.23 und ich bin in einem kleinen pappelstück auf jeden fall nicht die erste aber immerhin hat man nicht geschafft alles wegzusammeln denn wenn man hier erster ist da ist man erstmal stundenlang beschäftigt ist der helle wahnsinn was es hier gibt ich zeig mal eben kurz der hund war schon ist da warte moment also normalerweise kann man hier keine schritte tun die hatte ich zuerst schon gezeigt vorführeffekt auch und am weg direkt ist natürlich schon alles abgesammelt weil die stehen halt schon immer hier auf diesem weg das ist eher so eine wiese eine trampelfahrt aber das eskaliert hier ist nämlich alles abgekratzt und normalerweise bei pappel ist es eine garantie es gibt keine pappel ohne einen pappelroding allerlei andere kram ist auch zu sehen hier sind tintlinge natürlich gibt es hier auch einen hochsitz wie immer auf dem kann man dann ganz toll schauen wo die pilze stehen das ist standard das habe ich mir leider auf erst viel zu spät angewöhnt hier war auch noch mal so richtig schön das teil drin ist jetzt habe ich die größte sogar aber die sind dann alle noch so frisch wenn ihr jeden tag gesammelt werden da geht der hut gar nicht auf die sind top qualität halt ja und ihr macht euch keine vorstellung was hier nochmal los ist also ich sage es immer wieder so viel wie möglich raus gehen und die pilze aufsammeln Ende ja